Norddeutscher Rundfunk 2021 US-Verteidigungsminister Donald Ransfeld sagte vor dem Kongress, der Feldzug gegen den Terrorismus nach 9-11 dauert mehrere Jahre. In die Schweiz, wir haben sie in der Swiss-Jährigen heute Morgen einen weiteren Kursschutz. Sie verloren rund 14% und sah knapp 42 Franken ab. Die neuerlichen Einbußen sind auf Händel auf immer neue Gerüchte über die desolaten Lage des Konzerns zurückzuführen. Zur Region, das Budget erstellt Zug seit dem Überschuss von 63 Millionen Franken vor. Das ist etwas Unermessliches, was passiert ist. Ich bekam eine riesige Angst. Für mich war die Frage, dass ich sterben werde. Es ist grosses Wetter in der Zentralspiz. An den meisten Orten sonnig, im Zug und im Rüstal am Vormittag ein wenig Nebel. Der Mittag ist dann aber überall. Schön. Hallo. Mit einem rechten Porzeln der Musik für das Zentralland. Ich wünsche einen schönen Tag. Bitte, er kommt wieder mit 9-11 und was das mit uns zu tun hat. Am liebsten hätte er sogar Bauern auf den Twin Towers gesehen. Oder einen Firefighter mit Schweizer Wurzeln. Das wäre ... Oder eine Amisle. Guten Morgen, miteinander. Guten Morgen. Nein, Herr Lehmann ist immer noch ein Top-Thema. Haben wir da noch irgendeinen Zugang? Zum Beispiel eine Innerschweizer Familie, die in New York alles miterlebt hat und jetzt aber nach Hause gekommen ist? Ich habe beim Radiozentral auf der Redaktion gearbeitet. Wir waren ein kleines Team. Wir waren recht ambitioniert. Wir wollten aus einem grossen Sendengebiet alles schöpfen, drei Infosendungen machen, jeden Tag. 9-11 war natürlich ein grosses Thema. Das war natürlich dazumal für uns als Lokalradio noch schwierig. Nachdem mal alle News erzählt waren, hatten wir ja den Anspruch, das Thema noch weiter zu tragen, ohne dass es banal, trivial oder lächerlich oder zu regional wird. Das hat uns sehr, sehr umgetrieben. Oder irgendjemand aus der Region, der gerade zufällig in der Nähe von diesen Türmen war? Nichts. Okay. Die Welt trägt sich wieder an uns vorbei. Was läuft sonst noch vor der Haustür? Eine Kantonsratssitzung, unter anderem Beitritt zur Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz. Langlebender Pflichtstoff, kann ich sagen. Wer übernimmt das? Ich kann heute absolut nicht. In deiner Halbstunde geht es hier los. Tanja? Georg und ich machen eine Playlist für morgen. Genau. Lucia? Gerne. Chef. Also ... 1, 2 Direktschaltungen am Vormittag und dann stimmen wir aus dem Rat für das Mittagsinfo. Ist gut. Bis später. Ciao. Tschüss. Und Reto, die Abstimmungen, was hier genau läuft? Ich bin ein. 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 Mit EI, nicht mit AI. Haben Sie es gefunden? Gut. Die Asche in den Atlantik. Das ist wichtig. Ich muss mich darauf verlassen. Okay, danke. Ja, das wünsche ich Ihnen auch. Also ich war Standesweibler, vom Kanton Zug. Mädchen für alles, habe ich mir gesagt. Also beim Kantonsrat musste ich schauen, Mittagessen zu bestellen, das 9 Uhr zu bestellen. Dann auch schauen, dass die Leute, v.a. die Journalisten, Manuskripte bekommen. Es war sehr eng. Stoppig. Wenn jemand am Tisch zu gesessen ist, konnte man kaum hinruhen. Also die Räumlichkeit war sehr eng. Ich war einfach knapp dran. Ich musste pressieren. Und ich hatte bei den Journalisten Arbeitsplätzen. Zwar noch Platz, aber ich hatte keine Steckdose mehr. Steckdose? Dann wusste ich, dass ich etwas improvisieren muss. Ich muss etwas anders arbeiten als sonst. Ja, sie ist nicht- ... ... ... ... ... ... Hier ist ein An dem 27. September hatten wir den Kantonsratsausflug. Es war ein wunderbarer Tag. Die Sonne hat geschonen. Wir haben die Kaffeepause ein wenig nach hinten geschoben, erst auf die 4.11 Uhr. Wir waren dann um 1.30 Uhr in die Villette auf Kham zu Mittagessen. Am Nachmittag waren wir ins Kloster Frauenthal. Dort waren wir von der Kirche in die Kirche. Die Kirche wurden herzlich begrüsst. Es wäre wirklich ein schöner Tag. Wäre. Dreckig, spannend. 1.30 Uhr. Huren Kopfentanz. Arschloch. Pass. Sauzieche. Ich kann mich noch gut an diese Sitzung erinnern. Am Morgen gab es zwei starke Traktanden. Also raumgreifende Schulentwicklung und die Vergabe von Aufträgen. Ja, der Anfang war eigentlich wie immer. Ich sass in der zweithintersten Reihe. Hinter mir war noch eine Reihe mit CVP-Kantonsräten. Dann hat man ein wenig gecancelt und gesagt, das stimmt doch für mich. Man war eigentlich locker drauf. Ich weiß nicht, was ich sehe. Ich weiß nicht. Stattdessen. Im oberen Stock hatte ich ein leeres Büro für die Medien, die mit Medien arbeiten konnten. Ich hatte Anschlüsse, damit ich die Geräte laden konnte. Ich habe dort oben dünn geschnitten und telefoniert. Hallo. Hi. Stress? Zu viele Leute im Saal und zu wenig Steckdosen. Ja, oder? Pädagogische Hochschule, Schulreform. Das will sich niemand entgehen lassen. Nein. Nein, nein. Ja, bitte. Hallo? Hallo, das ist Lucia. Ich weiß nicht. Okay, gut. Kurze Schaltung, eine Frage, eine Antwort. Ja, ist gut. Die Leute im Saal. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht erinnere. Die Leute im Saal und zu wenig Steckdosen. Das haben sie nicht erinnert. Ich muss nicht erinnert. Ich will nicht erinnert. Ich will nicht erinnert. Wir haben das. Ich will nicht erinnert. ... und alle wieder zurück. Für uns aus dem Kantonsplatzbruch, Lugia, Teilen. Alles gut? Prima, danke. Sorry. Die letzten zwei Leute, die gesprochen haben, kann ich mich noch erinnern, bevor diese Katastrophe passiert ist. Das war als Kantonsrat Martin Döbeli und als Regierungsrat Jean-Paul Flachsmann. Und beide haben ein paar Minuten später nicht mehr gelebt. Uchtung! Das ist ein Polizeieinsatz! Ja, okay. Gut. Am 27. September 2001, der Tag der Vereidigung unserer jungen Absolventen, sehen wir mit seiner Vorbereitung. Was? In diesen Ausbildungen sind selbstverständlich ... Unsere Einsatzmittel entladen oder gar nicht auf dem A. Das heisst, einen Schutzwesten haben wir. Das ist das Einzige, was wir noch getragen haben. Aber unsere Waffen waren entladen. Den Pfeffelspray hatten wir nicht richtig dabei. Auszubildende daheim! So, morgen ist schon mal ein grosser Tag. Die eigentliche Entpflichtnahme. Die haben die Isle auch gemacht, Honecker. Richtig, Radl. Sehr gut. Ja, dann wollen wir eurer Familie etwas bieten, oder? Die Vereidigung unserer jungen Absolventen. Im Kanton Zurg war das immer ein ganz schöner Anlass. Da waren noch die Angehörigen eingeladen. Dann konnten sie auch zeigen, wie man ein Festnahme auf Fahrzeuge macht, eine Anhaltung macht, eine Personenkontrolle usw. Wir haben gedacht, wir zeigen Festnahme an das Fahrzeug. Aber das haben wir am 27. Dann haben wir das mit den jungen Absolventen trainiert. Können wir es nicht? Einverstanden. Sehr gut. Wer ist der Räuber? Honecker? Danke. Patrouille? Fahrer, Beifahrer? Okay, go! Was ich noch gut weiss, ist, dass ich noch Telefone machen musste. Dort hatte man noch nicht jeden einfach so das Handy dabei. Das hat geheissen, ich musste aus dem Kantonsrat raus. Ich bin unter dem Stock ins Kommissionszimmer und habe noch für einen Vorstoss oder für eine Rede telefonische Abklärung machen müssen. Wie viele Anstimmen? 24. Danke. Wir hatten keine Besucher. Das war ja im Nachhinein das grosse Glück. Und irgendwann, so 20, ab 10, 15, 15, 15, musste ich etwas kopieren. Und unten, als ich nachher zu den Lifttüren aus war, klopfte das erste Mal. Was war das? Man wusste nicht recht, was es ist. Ich meinte, weil es nicht eine so interessante Sitzung war, man hatte nicht ein interessantes Geschäft, dachte ich, dass einem der Korpusdeckel runtergefallen ist. Ich war leicht irritiert, weil das ist etwas vorgekommen. Aber dann gab es immer das spitzbübische Lachen. Und das hat gefehlt. Und dann ist der Korpusdeckel noch einmal runtergefallen. Und wieder hat niemand reagiert. Aber das ist doch etwas. Keine Ahnung. Ich bin zuerst überhaupt nicht herausgekommen, was es geht. Ich habe einfach diese Töne gehört. Es waren einfach Töne, die ich gar nicht einordnen konnte. Ich bin gleich wieder recht gesessen, als irgendjemand geschreut hat. Sofort alle am Boden. Und dann kam jemand hoch zu rennen und sagte, wir müssten uns jetzt hier verstecken. Ich habe dann sofort am 11. September in New York gedacht. Ich meine, wir sind hier eine internationale Stadt, in einem internationalen Kanton. Es ist irgendjemand. Und dann habe ich wieder ein Attentat auf den Kantonsrat gerübt. Und ich bin dann rein in die Staatskanzlei und habe gelärmt, mir die Polizei anruft. Ja, das hat nicht mehr geklopft. Und ich habe eine riesige Angst bekommen. Ich bin dann im Keller runter. Aber ich musste sagen, nein, darfst du keine Feigling sein. Es hat immer noch geklopft. Und dann bin ich dann sofort hoch. Und, ja, das Schlimmste war dann Monika Hutter. Sie lag vor der Türe. Und dann bin ich dort gelegen. Ich liege an diesem Boden mit ganz vielen Leuten übereinander ein. Und meine Kollegin, die unter mir gelegen ist, hat dann gesagt, wir sterben alle. Manuela, wir sterben alle. Sie können nicht mehr atmen. Und weil ich ja gerade unter einem Fenster gelegen war, bin ich aufgestanden und habe das Fenster aufgetan. und habe dann eigentlich das erste Mal in den Raum hineingeschaut. Und habe gesehen, also einerseits, äh, Stühle sind querbeet gelegen, alles umgestossen, die Menschen, meine Kolleginnen und Kollegen am Boden. Und habe an einen Mann hineingeschaut, der ein paar wenige Meter vor mir gestanden ist, der Nähe von der Eingangstüre, wo die Polizei draufgestanden ist. Seine Verkleidung als Polizist, die hat er nicht gemacht, um die Leute zu versäcklen. Da hat man sofort auf einen zweiten Blick gesehen, dass es kein Polizist ist. Achtung! Das ist ein Polizeieinsatz! Das war ein Rollenspiel. Das heisst, der hat die Rolle gespielt, von dem, der jetzt Ordnung macht. Die Mafia, und wir alle sind Mafia für ihn, dass er diese ausradiert. Er hatte genug Munition bei sich, um uns alle umzubringen. Und so hat dann das Attentat seinen Lauf gefunden. Ich bin unter dem Tisch und hatte das Gefühl, wenigstens bist du dann auch etwas geschützt, dass er dich nicht gerade sieht. Und trotzdem hat er immer in die Reihen hineingeschossen. Mein Nachbar links wurde am Hals durch den Schuss getroffen. Er ist dann tot zusammengefallen. Das war vor mir. Ich will ihn mal anschauen. Ja. Wow, das ist groß. Es hat viele. Wir hatten eine Herbstwanderung von der Schule. Und ich wollte eigentlich mit in den Kantonsrat gehen. Und ... Ja, Papi meinte dann, heute könne ich sicher nicht mitkommen. Wir haben Abstimmungen und alles. Aber ich könne sicher ein anderes Mal mitkommen. Ja, wir sind mit dem Schiff nach Hause gefahren, über den Zugersee. Und er sagte einfach, dass wir ihn winken können. Die Papi hat immer die Schuhe angehalten. Mhm. Okay. Die Creme war. Cari war ein liebenswerter, fröhlicher Mensch, der viel Freude hatte an seinen Kindern. Er hat viel mit ihnen untergenommen. Wir konnten viele Dinge gemeinsam machen. Und ... Ja ... Es war einfach schön. Er war viel für uns da, auch wenn er noch viele andere Sachen gemacht hat. Aber ich glaube, für die Kinder ist es am schönsten, wenn du das Gefühl hast, er hat nur Zeit für dich. Ich musste nicht zweimal fragen, ob wir spielen. Ich mag mich nicht mehr an ihn erinnern, aber wenn ich so ein Fotos anschaue, er sieht einfach immer glücklich aus. Ja, bei mir ist auch ... Ich bin ... ... gerade zwei geworden eigentlich. Und ich habe eigentlich gar keine Erinnerungen mehr daran. Ja, in meiner ... ... war es, ja. Ich habe jeden einzelnen Schuss gezählt. Ich habe Militär gemacht. Ich wusste, jetzt muss das Magazin leer sein. Und ich dachte, dann ist es fertig. Und dann hat das Magazin gewechselt. Und das war der erste Gedanke, den ich gewusst habe. Das ist ernst. Das ist gefährlich. Wir sind dort auch irgendwo wahnsinnige Sachen durch den Kopf. Einerseits dachte ich, wenn er gerade auf einem Frischladen ist, eigentlich wäre es jetzt die Gelegenheit, eher ihn anzugreifen. Ich habe mich das aber nicht getraut. Also liege ich wieder zurück am Boden zu meinen Kolleginnen und warte, bis er in meiner Nähe ist. Er ist ja ... ... auf die Einschauung gestiegen und hat gerade auf uns runtergeschossen. Also von daher ... Für mich war eigentlich klar, ich werde sterben. Ah! Ich habe nicht gewusst, bin ich im Saal, bin ich an der Kantonsratssitzung. Eigentlich habe ich das Gefühl, ich sage einen Traum. Ich sage Schlafer und träume etwas. Und wenn ich verwache, ist der Traum vorbei. Aber leider war dann etwas anderes. Es gab einen Moment, wo ich einen Schuss gespürt habe, durch meine Haare durchzugehen, wo ich dann gewusst habe, ich muss den Kopf etwas zurückheben. Der einzige Moment, wo ich wirklich fest an den Tod gedacht habe, das war, ich will nicht so jung sterben wie meine Mutter. Weil meine Mutter ist schon etwa mit 41. Als ich unter dem Tisch gelegen bin, wollte ich mich schützen und habe dann meinen Aktencover hinter mich hingestellt, weil ich dachte, dass er mich nicht mehr sieht. Und in diesem Moment stand er wahrscheinlich gerade so, dass er mich bewegen sieht. Darum hat er darauf geschossen und dann hat es mich an der Hand verwischt. Die Polizei, die Autor abschellen! Die Autor abschellen! Die Autor abschellen! Die gleiche Höhe. Es war ein normaler Arbeitstag, bis zu dem Zeitpunkt, als die Kommandant der Kantonspolizei mir angerufen hat. Und ich hatte dann das Gefühl, das ist eine Übung. Es ist irgendwo so eine Übung in der Luft gehangen. Ich dachte, die Übung ist etwas unglücklich zu diesem Zeitpunkt. Aber ich habe dann sehr schnell gemerkt, aufgrund des Tonfalls von ihm, das ist keine Übung. Ich hatte dort ein Büro in der Stadtpolizei oben, also am Kolinplatz. Ich bin somit sehr nahe vom Regierungsgebäude und habe mich dann minimal ausgerüstet und bin dann runtergesprungen über den Landsgemeinsplatz. Weiter! Händelssteuerat! 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 Rausenholen! Ruhig! Dann plötzlich ist dann das Telefon gegangen, das heisst das Interventionstelefon. Eine Schiesserei im Regierungsgebäude, das kann ja gar nicht sein. Ihr wisst, dass wir morgen eine Verreidigung haben. Schlechter Zeitpunkt für eine Übung. Was? Bravo! Okay, verstanden. Wir kommen. Abbruch! Ihr könnt verfügen. Guido, Einsatz! ... ... . Viel mehr eingefahren als die Schüsse ... ... sind mir seine Schreie. Diese hasserfüllte Stimme. Ich mag mich nicht erinnern, in meinem Leben jemals eine Stimme gehört zu haben, die so hasserfüllt war. Und auch später, im Schlaf, hat mich nicht die Schüsse verfolgt, sondern seine Stimme. Ich habe dann einfach immer gehofft, hoffentlich trifft er mich nicht. Darum bin ich eigentlich auch unter das Pult gekrochen und versuchte, mich hinter dem Koffer zu verstecken, weil ich ... ... ja ... ... nicht bereit war zum Sterben. Ich habe erst ein paar Wochen vorher meinen jetzigen Mann kennengelernt. Ich habe dort gefunden, dass es eigentlich noch schade ist. Wir müssen jetzt genau in dieser Verliebtheitsphase auch schon wieder voneinander Abschied nehmen. Dann hat er weiter geschossen. Und dann habe ich gewusst, jetzt ist das Magazin wieder leer. Und dann habe ich Schritte gehört, wo sie waren. Und dann hat es einen Knall gegeben. Mein erster Gedanke war eine Handgranate. Der zweite keine Handgranate, weil ich wusste, das könnte nicht mehr leben. Am Schluss habe ich gehört, wie ein Sturmgewehr an den Boden fällt und dann ein Pistolenschuss. Und dann war mir klar, jetzt hat er sich selbst umgebracht. Und es war mir klar, auf uns schiesst er mit dem Sturmgewehr, mit der Waffe des Soldats, sich selber verschiesst er mit der Waffe des Offiziers, mit der Waffe der wirklichen Ehe. Ich bin vorbei. Ich bin eine Saalin und das ist ja so etwas Schlimmes. Und das Schreie und der Geschmack von Blut und dieser Bombe, die er ja noch platzen hat, das ist einem so in die Nase, einfach durch Mark und Bein gegangen. Und dieser Geschmack, wenn ich daran denke, jetzt gerade, ich merke ihn mir. und das war noch schlimm. Auf dem Weg, also schon im Stegenhaus, sah es natürlich schlimm aus. Und im Saalin selber noch schlimmer. Es hat noch bränt auf dem Pult, es gab Rauch. Es war einfach ein totales Chaos. Und es ging eigentlich darum, wo ist der mögliche Täter? Ist der wieder weg? Ist der noch da? Schiesst er plötzlich vielleicht? Die Interventionseinheit Luchs, die habe ich gebraucht, weil wir zuerst die Lage im Griff haben müssen und nicht uns selber oder Dritten wieder gefährden. so schnell wie es ging, sind wir Richtung Regierungsgebäude, bis an die Stegen her, also unmittelbar vor den Stegen, bevor wir ins Regierungsgebäude gehen. Dort hatte ich das erste Mal Kontakt mit einem Vorgesetzten. Eine von diesen Informationen, Schlüsselinformationen für mich, war dann, Achtung, der Täter hat eine Polizeiuniform an. Ich habe ihm gesagt, es hat viele Verletzte, es hat Tote. Es ist völlig unübersichtlich. Wir haben noch nicht wirklich eine Klarheit, ob es nur ein Täter ist. Jungs parat. Links parat. Rechts parat. Brücken parat. Wir haben die Türen aufgemacht. Ich bin im Zentrum reingegangen. Wir haben gesehen, rechts hatte z.B. noch die selbstgemachte Bombe. Sie hatte immer noch die Brunnen, da hat es immer noch gerochen. Kontakt rechts! Kontakt rechts! Kontakt rechts! Was wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht gewusst haben, wir waren nicht die ersten Polizisten, die drinnen waren. Wenn meine Finger in dieser Situation auf dem Abzug gewesen wären, wäre es gut möglich gewesen, dass ich einen Kameradenchance hätte. Mit diesem musste ich weiterleben. Nach einer Sekunde zwei haben wir ihn identifiziert. Gut! Perfekt! Herzlichen Glückwunsch! Jeder ist nicht! Der ist nicht! Aber Sie sind nicht! Es schlafen, weil es ist. Eben! Jetzt gehen wir mal! Ich habe hier realisiert, dass ich berichten muss. Ich muss mit dem jetzt auf den Sender, weil wir wissen dann nicht, was weiter ist und ob wir je hier wieder rauskommen. Hey, was läuft da im Kanton- und Ratssaal? Hallo. Hallo. Hallo, Lucia. Du, es ist etwas passiert im Regierungsgebäude. Was ist eine Schiesserie? Nein, dann stimmt das wirklich. Ja. Sollen wir eine Live-Haltung machen? Bist du sicher? Willst du wirklich live? Ja, los. Es gibt einen Filmeriss bei mir nach dem Pistolenschuss. Als ich wieder zu mir gekommen bin, auch nicht zu merken, dass ich wieder zu mir gekommen bin, bin ich durch den Gang gelaufen, durch meinen Gang. Und dann bin ich an jemanden hergekommen und habe gesagt, du, Rolf, es ist vorbei. Er hat dann keinen Wank da. Da habe ich gedacht, ja, der ist bewusstlos. Und dann der Nächste, Heinz Grütter, habe ich gesagt, du, Heinz, kannst du aufstehen, es ist vorbei. Der hat auch keinen Wank da. Ich dachte, ja, der ist auch bewusstlos. Und dann bin ich aus dem Saal raus, ich habe nicht gewusst, dass hinter mir zwölf Tote sind oder 13 Tote mit dem Täter. Das erste Telefon, das ich rüberkriegte, war vom Pell Hutter. Was ist mit meiner Frau los? Wo ist meine Frau? Kannst du mir sie geben? Und ich konnte ja dem Pell das nicht sagen, was wirklich passiert ist. Und ich sagte, Pell, ich kann das jetzt nicht sagen. Und ja, da hat man ja eigentlich schon gewusst, dass sie das erste Opfer gewesen ist, den den verwischt hat, leider. Und das sind schon Momente, die einem heute noch gehen können. Unsere Reporterin Lucia Theiler ist vor Ort. Lucia, was ist passiert? Kurz nach der halben Elf habe ich den ersten Knall gehört und dachte, ui, was ist denn da los? Es fällt hier ein Haus zusammen. Dann habe ich gesehen, wie die Leute weggerannt sind und sich dann auch in der Krime verfrochen haben. Ich bin ja da auch hinter einem Tisch. Die Polizei vor Ort gibt uns aber auch noch keine Entwarnung. Die Polizei ist also vor Ort. Hat man den Mann schon erwischt? Das kann ich dir nicht sagen. Ich sehe einfach, wie die Polizeiautos hier ums Haus herum fahren. Aber ob man den Täter schon gefasst hat, das kann ich dir nicht sagen. Kontakt links. Kontakt links. Eine Hand hatte er unter dem Körper. Die zweite Hand hatte er zwischen den Beinen. Und dann hiess es plötzlich, Achtung, eine Handgranate. Das konnte ja tatsächlich sein. Ich habe die Hände nicht gesehen. Und wenn ich einfach vorne ziehe und eine Handgranate in der Hand hatte, wäre es gefährlich gewesen. Ich, AHV Nr. 59044321, erkläre, im Falle einer Verletzung will ich keine medizinische Hilfe, werde keine bezahlen und habe keine Versicherung. Wo bist du denn du? Und wo sind die anderen? Bist du überhaupt in Sicherheit? Ja, jetzt ist es gerade so, dass die Regierungsrätin, bei der das Schwertzimmer hier rauf gekommen ist, ins Zimmer kam und fragte, wo sind meine Leute? Also offenbar geht jetzt hier die Suche los. Also die Suche nach dem Mann, oder was? Man muss sich das vorstellen, das ist ein riesiger Schock, wenn es hier plötzlich so klopft und räucht und die Leute sind dann auch einfach weggerannt und man weiss im Moment noch nicht so genau, wo er ist. Ich weiss einfach noch, wir mussten dringend aus diesem Zimmer raus. Und ich war noch am Telefon und musste dringend einen Schluss finden. Ja, jetzt ist es so, dass in diesem Moment ein Polizist hier rauf gekommen ist und vermutlich Informationen gibt. Wie es weitergeht, ich würde mich in ein paar Minuten noch mal melden. Lucia Theiler aus dem Kantonsratssaal in Zug, wo sich offenbar ein Attentat ereignet hat. Bleiben Sie dran, wir halten Sie auf dem Laufenden, sobald wir mehr Informationen haben. Der Polizist hat uns nachher rausgeführt. Dann sind wir die Stegentrabe und dort ist dann schon so ein Ausmass von diesem ganzen Pitzchen abgezeichnet. Das ist plötzlich eine Meldung gekommen. Achtung, ein zweiter Täter. Nicht verstanden, wiederholen bitte. Achtung, ein zweiter Täter auf dem Dach. Verstanden. Zusammenkommen. Also, wir haben vielleicht noch einen zweiten Attentat auf dem Dach. Dann holen wir uns. Los. Dann sind wir in der schnellen Verschiebung bis unter das Dach hochgegangen. Und dort war noch eine schmale Treppe. D.h., es war nicht möglich, dass wir drei Personen direkt Waffe auf dem Dach erstellen konnten. Ihr zwei geht rauf, mein Sicherheitsdunnen. Parade? Check. Check. Go! Und dann wollte ich meinen Koffer zusammenräumen, also meine Unterlagen zusammenräumen. Und musste Beidehände dazu brauchen. Das ging dann aber nicht, weil die Schmerzen so gross wurden in der Hand und es blutet hat. Dann habe ich das als einlassen, habe das liegen lassen und bin dann raus. Und das war wirklich ein trauriger Anblick. Und dann kam ein Fröhlein, wo man ein weisses Tüchchen gegeben hat. Es war übrigens kein zweiter Täter, sondern eine Person gewesen, wo ein besonders Dach hochgekledert ist. Von diesem Zeitpunkt weg war das Regierungsgebäude im Polizeischargon sauber. Alles gut. Sie sind in Sicherheit. Danke. So, Jungs, bringen wir ihn runter. Und da sind Kollegen auf mich zugekommen, die sagten, da sitzt unser Kollege schwer verletzt. Er kann helfen. Und ich habe dann schnell gesehen, er hatte schon ein sehr verschossenes Gesicht. Er ist schwer verletzt. Und ich habe gesagt, ich habe... Wir schauen ihn auf den Stuhl und gehen ihn mit dem Stuhl ins Feuerwehrauto rein. Als ich zu steigen hierher bin, ist auf einem Stuhl ein Mann gehockt und über dem Gesicht, über dem Kopf ein Tuch. Und meine Fraktionskollegin Manuela Weichelt ist neben ihm gestanden. Das war mir logisch. Sie wusste, dass sie Krankenschwesterausbildung hatte. Trotz seiner schweren Verletzungen war er voll ansprechbar. Ich konnte ihm immer die Hand geben und sagen, jetzt fahren wir bei dieser Kurve durch, jetzt fahren wir hier durch und jetzt sind wir dann gerade beim Kantonsspital. Wir kamen an und die Chefärzte und sind schon auf dem Notfall draussen gestanden, bereit. Wir haben ihn mit dem Stuhl, also der Stuhl ist immer dabei gewesen, und haben ihn mit dem Stuhl rausgetragen. Und ich weiss noch, ich habe gesagt, jetzt darfst ihr nicht verschrecken, ich nehme jetzt das Tuch weg. Ja, die Gesichter dieser Chefärzte sehe ich heute noch. Die sind sehr schwer, also sie sind wirklich auch wahnsinnig verschrocken. Ich habe zu ihnen dann gesagt, wir haben noch nichts, wir haben noch keine medizinische Unterstützung, nichts. Ich könnte noch Morphium mitnehmen, Spritzen, Nadel, und das haben sie mir gebraucht und sie haben mir auch gerade noch einen Arzt mitgegeben. Es ging ja dann schnell, bis die medizinische Unterstützung auch da war. Ich habe dann nochmals Live-Schaltungen gemacht und erinnere mich aber, dass ich sie als sehr viel anspruchsvoller empfand, als die von innen heraus, weil ich schon einfach das Ausmass erahnte, und weil ich auch realisiert habe, dass ich berichten will, ich will es nicht beschönigen, aber ich will zugleich genug respektvoll sein gegenüber möglichen Opfern und Angehörigen. Zugleich sind natürlich schon Gerüchte um Namen und Täter und was passiert ist. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir uns einfach einig waren in unserer Redaktion. Wir gehen nicht mit Gerüchten um Namen. Elmar Herger, was können Sie zur Zahl der Opfer sagen? Von 14 Toten ist die Rede, darunter auch Regierungsräte. Können Sie das bestätigen? Die Polizei hat eben bestätigt, dass es sich tatsächlich um 14 Opfer handelt. Noch ist nicht klar, ob Regierungsräte darunter sind. Derzeit schwirren viele Gerüchte hier im Zug herum. Ich habe vorhin vernommen, dass die Zuger Regierungsrätin Monika Hutter unter dem Toten sein soll. Ich weiss es nicht. Die Polizei gibt es derzeit nicht bekannt. Vor einer Stunde gab die Zuger Polizei an einer Medienkonferenz erste Informationen bekannt. Hat die Polizei denn schon Indizien über die Täterschaft? Man geht von einem Einzeltäter aus. Es handelt sich offenbar um einen Schweizer. Es handelt sich auf die Höhe Musik und die Polizei. Schöne in die Polizei. 15% Schöne in die Polizei. Das war's für heute. Das Thema des Tages, Blutag hinzu, das Kantonsparlament. Der Amokläufer war mit einem Sturmbewehr der Schweizer Armee und einer Pistole bewaffnet. Der Mann habe offensichtlich auf Rache und Druck gehandelt. Ein Zusammenhang mit den Terroranschlägen in den USA bestehend ist der Schweizer Behörden. Möglicher Auslöser für die Wahnsinnstat könnte der Umstand sein, dass das Zuger Obergericht diese Woche einige Beschwerden abgewiesen hat. Der Täter hatte mit diesen Beschwerden mehreren bekannten Zuger Amtsträgern missbräuchiger Stellung vorgeworfen. Die traurige Bilanz, 14 Mitglieder von Regierung und Parlament werden getötet, andere werden verletzt, einige von ihnen schrien. Macht man die euren Wissen, die ich mit einer Szenarbe befestigt habe. Der Sturmbewehr wurde nicht von einem Opfer blindlings hinein gegangen und hat einfach drauf losgeknallt, der hat nicht einen Mann gesucht oder nicht eine Frau gesucht, sondern der wollte einfach etwas, wie das Drama bewirken wollte. Die erste Salve, habe ich den Eindruck, ist gerade bei mir durchgegangen. Zwei hinter mir sind tot. Und ein Kantonsrat, der vor mir gesessen ist, ist auch tot. Mich hat es nur gestreift. Und ich sehe hier, der Schuss ist hier drin. Und dann hat es hier ... Es scheint Schrott offenbar gewesen zu sein. Das ist hier umgewirbelt. Und ich habe jetzt noch im März etwa 5, so ist eine kleine Schockhörnchen, da konnten sie mich rausnehmen. Es ist unvorstellbar, ich sage Ihnen ... Ich weiss nicht, warum ich noch lebe. Es tut mir leid für alle, die sterben mussten. Ich war an der Regionaldekanenkonferenz an diesem Morgen. Plötzlich kam die Meldung, dass etwas im Zug passiert ist. Und dann hat der Generalvikar gesagt, Alfredo, ich glaube, du sollst nach Hause gehen. Und dann habe ich mich sofort in meine Sachen zusammengepackt und bin auf den Zug gefahren. Ein wenig mit Herzklopfen, muss ich sagen. Und dann ging ich in die Stadt. Und zwar ins Gebäude der Kantonalbank. Dort lief eigentlich alles zusammen. Und es war wirklich riesig aufeinander. Nachdem das ganze Regierungsgebäude in diesem Sinne eigentlich sicher war, ging es sehr schnell darum, wer verletzt ist und vor allem wer tot ist. Weil die Angehörigen natürlich das Bedürfnis gegeben haben, möglichst schnell zu wissen, ob mein Vater, meine Mutter, mein Bruder ist der andere Toten oder nicht. Das war ein enormer Druck. Die Familie machte sich logisch sofort Sorgen. Und das konnten wir einigermassen über die Hotline-Sorgentelefone öffnen. Ich habe an diesem Morgen noch gebastelt. Und dadurch hatte ich kein Radio bei mir. Kein Telefon und nichts. Dann kochte ich aber zum Mittagessen. Und dann kam das Telefon. Und dann kam das Telefon. Das ist der Kantonsrat. Ich wurde herumgeschossen. Und Ruth, meine Schwägerin, war vor Ort. Sie rief dann an, dass ich reinkomme. Gibt es auch eine Anlaufstelle für Angehörige? Ja, das Gebäude der Zuger Kantonalbank, das gerade neben dem Regierungsgebäude steht, das wurde sofort nach dem Vorfall geschlossen. Dort wurde die Einsatzzentrale eingerichtet und dorthin können sich auch Angehörige wenden, die hier vor Ort erscheinen und nach dem Schicksal ihrer Angehörigen fragen. Sie werden dann in das Gebäude geleitet und werden dort auch psychologisch betreut. Und mein Auftrag hat dann geheissen, ja, die Angehörigen seien jetzt informiert worden und in der Kantonalbank, im zweiten Stock, gäbe es jetzt einen grossen Raum, wo sich alle treffen, ich seh mich um das kümmern. Dann bin ich dort hoch und langsam, langsam sind dann erschütterte Menschen eintroffen. Wir haben alle gewartet und gewartet und dann hat man wieder Leute vom Kantonsrohr gesehen, die rumlaufen und irgendwie, ich habe immer gedacht, was ist los, sagen wir doch mal endlich was, was ist los, wieso seid ihr da und der Karri ist nicht da und ja. Und im Nebenzimmer war die Polizei mit ein paar Leuten und ich bin ein paar Mal zu denen und habe gesagt, Leute, ich muss denen etwas sagen können. Man hat dann sehr einen pragmatischen Weg gewählt und hat dann Leute beauftragt, die alle kennen, der eine davon ist der damalige Landschreiber gewesen, der andere bin ich gewesen. Und wir sind eigentlich da, ja, relativ vom Vorgehen her, heimzernig mit einem normalen Schreibblock, immer dann zurück ins Saal und sind eigentlich von der getöteten Person zur nächsten. Und er hat zum Beispiel gesagt, Namen, Vornamen und ich habe gesagt, er kommt von dort, der Beruf. So haben sie versucht, ein bisschen zusammenzustellen. Dann haben sie es dann in ein Zimmer gerufen und die traurige Nachricht übermittelt, dass der Karri gestorben ist und nicht überlebt hat. Beim heutigen Amokanschlag auf das Regierungsgebäude sind Herr Peter Bossart, Regierungsrat, Herr Jean-Paul Flachsmann, Regierungsrat und Frau Regierungsrätin Monika Hutter zu Tode gekommen. Auf der Seite des Parlaments beklagen wir den Tod des Kantonsratspräsidenten Herbert Arnet, des Kantonsrats Töbeli Martin, Gretner Karl, Grütter Heinz, Heusler Konrad, Heimgartner Dorli, Dieter Erich, Nussbaumer Kurt, Nussbaumer Rolf, Langenecker Kette und Wismar Willi. Die haben zum Teil losgeschrei, also einfach rausgebrillt. Die sind verstummt. Die sind jeder in seiner Verzweiflung nach Hause gerannt oder hat geschaut, was er machen kann. Und dann ist die Sache fertig gewesen. Also furchtbar schnell, wie es kam, ist es gegangen. Ich nehme die Gelegenheit wahr, allen Angehörigen das tief empfundene Beileid der Restregierung auszusprechen. Und dann, ja, und dann bin ich wieder nach Hause und habe das Gefühl, ich, ich weiss auch nicht, ich habe einfach gar nichts mehr gefühlt, irgendwie. Ich bin total am Boden gewesen und ich habe da zugefahren und dann, ja, bin ich in die Schlucht rauf und habe ihnen dann die traurige Nachricht übertragt, gesagt, dass der Papi nicht mehr heimkommt. Und ich konnte es gar nicht irgendwie fassen oder realisieren, ja, was passiert ist genau. Und ja, du verstehst es halt als Kind nicht. Ich teile diesen unvorstellbaren Schock mit den Betroffenen, mit den Angehörigen, mit dem ganzen Kanton zu. Die Situation ist die, dass der Verkehr rund ums Regierungsgebäude hier im Zug wieder rollt. Aber was man natürlich jetzt macht, ist, dass die Ermittlungen führen, und das sieht man hier hinter mir, dort, wo Licht brinnt, dass jetzt die Untersuchungsbehörden drangen, sicher auch noch Spuren zu sichern. Wir ermitteln hier im Haus, wir ermitteln aber auch im Umfeld des Täters. Es ist ein schrecklicher Tag, es ist, man kann sagen, eine nationale Tragödie, die sich da abgespielt hat. Und ich habe jetzt jemanden bei mir, der das ganze Drama überlebt hat. Das ist der Rubi Enzler, er ist Journalist, er ist Nachrichtenchef der Zuckerpress. Rubi Enzler, was hätte euch das Leben gerettet heute, bevor es nach der Halbeelde? Das Leben hat mich gerettet, dass er intuitiv nach diesen Schüsse, nach einem Endstrom gerufen hat, in Deckung, auf den Boden gesunken wird, den Tisch umgerührt hat und die Tischplatte als Schutzshilter für mich gebraucht hat und für meine Kollegen, die wir nur im Moment... Hallo! Lucia, Gott sei Dank. Ist für dich alles gut? Mhm. Wenn wir etwas für dich tun können, dann Sex bitten, ja, Lucia? ... sechs, sieben, acht Minuten sind in der Mauer. Hunger habe ich. Ich habe den ganzen Tag nichts gegessen. Okay. Ich hole uns etwas zu essen. Und ihr wollt noch etwas? Ja, ja, ja. Jetzt setze dich hoch. ... was mit denen los war. Das ist für mich unmöglich, mit einem Tisch... Kannst du erzählen? ... von der Tischplatte, äh, auszufinden wie wahr es ist, ich kann einfach... ... In der Nähe des Parlamentsgebäudes fand die Polizei das Auto, das offenbar einem Amokschutz gehört hat. Darin hatten es weitere Waffen. Bezüglich des Tatmotivs haben wir eine Art wie einen Bekennerbrief am Tatort gefunden. Er ist betitelt mit Tag des Zornes für die Zugermafia. Er schreibt darin, dass der Tag des Zornes für die Zugermafia heute stattgefunden hat. Er sagt, dass die Zugerjustiz viele Verfahren verschleppt, verdeckt hat. Es geht darum, dass er verschiedene Chauffeure der Zugerland-Verkehrsbetriebe des Alkoholkonsums bezichtigt. Er hat entsprechende Klagen deponiert. Er ist überall abgeblitzt. Das wird wohl der Grund sein, weshalb er zu dieser Amoktat gegangen ist. Dann telefonierte ich mit dem Pfarrer von St. Michael. Wir haben abgemacht, dass die Kirche offen ist. Am Abend ... Es kam auch bald im Radio, dass man sich treffen kann. Und dann gab es natürlich die Kirchebombe von St. Oswald. Und man hat sich dann dort getroffen. Einfach ganz schlechte Gebärte gemacht. Dann ... ... sind die Leute ... ... auf einen Landsgemeinsplatz gegangen. ... ... ... ... ... ... Das war mein Einsatz. Ich gebe meine Dienstwaffen ab. Hier ist noch meine. Wir haben keinen einzigen Schuss abgeben. Ah ja. Geben wir noch eins kurz hier. Lieber uns an das mal. Machen Sie es gut. Merci. Plötzlich heisst es von jemandem, der im Kantonsratssaal war. Es heisst plötzlich die Polizei. Sie haben die Täter erschossen. Ich hatte ja das Zentrum. Ich bin wirklich im Zentrum. Das kam im Prinzip auf mich zurück. Kommandant Urs Hörlimann. Er kam dann runter und sagte, wo sind die Waffen? Urs, es ist gut. Wir haben die Waffe abgegeben. Sie sind im kriminaltechnischen Dienst. Sie sind auf der Seite. Er ist sichtlich erleichtert. Jetzt sehen wir, dass die Täter so gemacht haben, wie wir es trainiert haben. Es hat sich einmal gezeigt. Trainiere, wie du kämpfst. Wir hatten keine einzige Schussabgabe. Aber wenn es so gewesen wäre, dann wäre es im Rahmen der Gesetzgebung verhältnismässig gewesen. Also die klassische Gefahrenabwehr. Ich muss auch sagen, ich persönlich, wenn ich angegriffen wurde, wäre ich in einer solchen Situation, wie es dann gewesen wäre, wäre das für mich auch ein Mittel gewesen. Und darum hatten wir die professionelle Truppe schon dabei und die weiteren Kläfte zugezogen. Dass wir dort dann noch taktisch richtig und vor allem verhältnismässig und rechtlich korrekt handeln. Guten Morgen. Ich möchte jetzt endlich einmal wissen, wie es mit meiner Entschädigung aussieht. Ja, wieso denn? Ihr nehmt uns noch das letzte Hemd. Da müsst ihr euch ja nicht wundern, wenn mal einer ausrastet. Ja, wie der Typ in Zug halt. Genau diesen meine ich. Er hat angefangen und ich mache ihn fertig. Aufräumen muss man mit euch. Schafsäckchen. Links. 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 So. Die Wohnung ist sauber. Die Kippe kann reinkommen. Gut gemacht, Jungs. Ich sicher die Wohnung draussen. Danke, Jungs. Hallo. Oh, schau mal da. Leck mir am Arsch. Ich hatte keinen Mitwissen und habe ganz alleine gehandelt. Ich hätte alles gedacht. Du warst ja total bereit. Eigentlich konnte man ihn schnell identifizieren, weil er ja bekannt war. Dann hatte man einen schneller Hinweis, in welche Richtung es da gehen könnte. Und ja, heute würde man sagen so Wutbürger. Schau mal, was ich im Kasten gefunden habe. Für dich. Der letzte Tag hat er sich vor allem mit Waffen, Amokläufen, Bestattungsunternehmen beschäftigt und Pornos geschaut. Dann ist ja alles normal in dem Fall. Der Brief ist für seine Mutter und das Testament hat er schon im August geschrieben. Ja? Wo? Okay, wir sind in 20 Min. dort. Ich muss wieder los mit den Jungs. Schon wieder? Ja. Das ist aber du. Ich bin schon wieder los mitgekommen. Entschöne. Viel Glück. Hatten wir ihn eigentlich auf dem Schirm? Einen alten Bekannten. Leider. Er war mit 13 ich das erste Mal auf dem Posten, weil er mit einem Luftgewehr herumgeschossen hat. Und von dort war ein regelmässiger Gast bei uns. Der hat schon immer herumgeballert. Mhm. So ein kleiner, krimineller Psycho. Verstösse gegen das Waffengesetz. Dann hat er Leute bedroht. Letztens ein Buschauffeur in einer Beiz. Und wegen diesem hat sich dann der juristische Kleinkrieg entwickelt. Jahrelang. Ja, alle haben gedacht, sie wären Spinner, aber armlos. So kann man sich täuschen. Genau das scheisst mich an. Was? Genau das scheisst mich an als Beruf. Dass man so Idioten nicht rausziehen kann. Ich hatte nie Wut gegen den Attentäter. Ich war eigentlich glücklich, dass ich gewusst habe, dass sich der Attentäter selber umgebracht hat. Weil ich überzeugt bin, wenn er sich nicht umgebracht hat, gesagt hat man den noch einmal. Für die Zuger Justiz ist der Täter kein unbeschriebenes Blatt. Er wurde 1970 bereits durch das Strafgericht hier in Zug verurteilt wegen diversen Vermögensdelikten, wegen Unzucht mit Kindern, öffentlichen unzüchtigen Handlungen, Urkundenfälschung und Strassenverkehrsdelikten. Er wurde damals zu 18 Monaten Freiheitsentzug verurteilt, aber stattdessen in eine Arbeitserziehungsanstalt eingewiesen. Mami hat das super gemacht. Sie hat wirklich in allen Zeitungen die Seiten zusammengeklebt. Dass wir das wirklich nie sehen, wie er ausgesehen hat, bin ich auch froh, dass wir das nie gesehen haben. Dann frage ich mich eher, warum ... Ja, warum geht mir so weit? Die Frage, warum ... Warum hat es den Papi getroffen? Ich will einfach eher warum und nicht ... Dass das jetzt ... ... der gewisse Mensch ist. ... aber sie sollten nicht wegnehmen. Und bei uns der Hände hoch! Langsam abstellen! Ich will euch in die Hand sehen! Hände hoch! Langsam! Drei, Füße nach vorne kommen! Bleiben hier! Langsam auf die Knie runter! Langsam anblicken! Hände raus, Handfläche nach oben, Bein überkreuzen! Was ist los? Ich habe gar nichts gemacht. Bleiben Sie ganz ruhig. Wer hat euch geschickt? Das erfahren Sie alles auf dem Posten. Andere Hand auf den Rücken. Können Sie schnaufen? Ja. Gut, können wir aufstehen, in das Bein. Es gab natürlich solche Leute, die mit der Regierung oder mit Verwaltungsteilen irgendwo am Klänzten sind und sich gemeldet haben oder Mails oder irgendetwas gegeben haben. Bravo, es soll nur weitergehen. Wir waren bei uns an und haben entweder getroht. Es gab eine Drohung. Und dort mussten wir einfach reagieren. Was soll das? Ich habe keine Zeit für euren Scheiss. Ist es wiederum traut, den Mund zu machen, einen Attentäter? Bring ihn rein. Scheissbunnen. Scheissbeamte. Scheissbunnen. Ja, du. Es gibt eine einzige politische Frage, die gestellt worden ist durch dieses Attentat, abgesehen von Sicherheitsmassnahmen. Das ist eine Waffengesetzgebung, die einfach fahrlässig war. Es ist verantwortungslos. Vorderschaft Repetierflinte. Vornehmerbegriff für eine Pump-Action. Registrier-Nummer W648107M. Ah, Moment, nicht so schnell. W648107M. Hörst du es? Yes. Die hat privat erworben, neun Tage vor der Tat, im Kanton Bern. Ohne Waffenschein. Dann haben wir SIG PE90. Das neue Sturmgewehr. Das neue Sturmgewehr. A214-0032. Privat erworben im Kanton Zürich. 1996, 1997. Auch kein Waffenschein notwendig. Z.B. die Pump-Action. Die hat er privat gekauft, hat dafür keinen Waffenerwerbschein gebraucht. Es war in keinem Register. Nicht im Register des Kantons Bern, wo er die Waffe gekauft hat, nicht im Register des Kantons Zürich, wo er in dem Moment gewohnt hat. geschweige denn dann hat der Kanton Zürich von dem erfahren können. Weil wenn der Kanton Zürich erfahren hätte, dass er eine solche Waffe gekauft hat, dass jeder Polizist, der involviert war in diesem Fall, alle Alarmglocken gerietet hat. Wenn wir heute eine solche Situation haben, und wir wissen, dass eine Drohung von dieser Person kommt, dann checken wir natürlich die Register. Aber in diesem Fall haben wir eigentlich nichts gewusst. So. Sig Sauer. 2,32. Dann hat er sich selbst eine Chance, oder? Korrekt. B. 9,2. 1,4. 4,2. Legal erworben. 1996. Im Waffenfachhandel. In Zug. Manchmal frage ich mich schon, ob wir eigentlich das Paradies für Waffenfreaks sind. Komm jetzt, Karin. Nicht die Waffe töten, sondern der, der sie in der Hand hält. Hör auf, Faye, wirklich. Vorstrafen bis an Bach runter. Trotzdem kann man sie legal bis auf die Zähne bewaffnen. Man muss einfach in einen anderen Kanton gehen. Alles hat seine Ordnung. Niemand sagt etwas, bis es dem auch klappt. Das entscheidet andere. Ich habe den zuständigen Behörden, den zuständigen Polizei, kann ich keinen Vorwurf machen. Also ich wüsste nicht, was sie hätten anders machen können, aufgrund der damaligen Gesetzeslage, aufgrund der damaligen Situation. Es ist auch noch eine andere Kritik geäussert worden, man hat ihn zu wenig ernst genommen. Und da muss ich einfach sagen, das ist Humbug. Ich meine, sogar ein Regierungsrat hat ihn empfangen. In welchem Kanton kommt ein Querulant, eine Audienz beim Regierungsrat über? Und der Chef des öffentlichen Verkehr, der ZVB, mit dem hat er ja diesen Konflikt gehabt, hat er drei Mal mit ihm gesprochen. Wenn ich mich einfach zurückerinnere an das erste Gespräch, wenn ich ihn versucht habe darzulegen, was die Untersuchungsresultate sind, dann interessiert ihn das eigentlich nicht, weil er hat Recht mit dem, was er mir geschrieben hat. Alles andere interessiert ihn nicht. Das ist so einfach komplett rechthaberisch. Und wenn ihm jemand nicht Recht gibt, dann ist das ein Feind. Und dass er sich in den letzten paar Wochen aus einem Querulant in eine Bombe verwandelt, das hätte man nicht wissen können. Ja, hallo? Ja. Ah, das habe ich gar nicht gemerkt. Ah, das Portemonnaie auch? Mhm. Ja, äh, ich komme vorbei, aber nicht mehr heute, ähm, morgen, wenn es okay ist. Ja. Danke. Ihnen auch. Danke. Ist alles okay? Ja, es war die Polizei. Sie haben meinen Mantel und mein Portemonnaie im Kantonsratssaal gefunden. Das habe ich gar nicht gemerkt. Hauptsache, es ist nach oben. Unser Chef hat ein Daybriefing organisiert. Und ich tue es sehr schade. Da haben wir einfach nochmal auf den Tag zurückgeschaut. Ich glaube, wir konnten wie alle nicht einfach nach Hause gehen, also in dieser Aufgelöstheit und mit diesen vielen Fragen. Und ich glaube, es ging darum, uns ein bisschen zu sammeln dort. Und so ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen runterzukommen, sofern das überhaupt möglich war. Wir haben uns, glaube ich, auch wie gefragt, ob wir das richtig gemacht haben, so zu berichten, so zu machen, ja. Ich finde es wichtig, dass wir im Moment zusammen sein können. Nach diesem Tag. Es ist vielleicht noch etwas früher für eine Sendekritik. Aber ich habe mir alles durchgehört, was im Zusammenhang mit diesem Attentat bei uns über das Ende ging. Sachlich. Und korrekt. Wir waren nah dran. Und haben trotzdem den nötigen Abstand bewahrt. Gut gemacht. Alle. Vor allem Lucia. Wir greifen zu einem guten. Ich weiss noch genau, wir standen in St. Michael und haben über den Gottesdienst geredet und was wir für Zeichen setzen. Wir haben dann gesagt, dass wir für alle Toten eine Kerze anzünden. Das war unsere Ausgangslage. Wir haben dort gar nicht von Opfern und Täter geredet, sondern einfach von denen, die gestorben sind. Und dann, wenn ich am Sonntag am Abend, vor dem 1. Oktober, habe ich ein Telefon bekommen. Und dann hat mir jemand am Telefon gesagt, ob ich gehört hätte, dass die Geistlichkeit die 15. Kerze anzünden wollte, an der Ruhrgottesdienst an der Ruhrgottesdienst, der ja am St. Michael war. Diese Nacht habe ich nicht viel geschlafen. Das hat mich so beschäftigt. Man stellt die Verstorbenen unter das Licht von Gott. Die Verstorbenen übergeben man Gott. Gott vorzuschreiben, wenn man jetzt sein Licht, seine Barmherzigkeit, seine Vergebung schenkt, das ist nicht unsere Sache. Wir glauben, dass Gott dann schon weiss, wie er weitergeht. Und das wissen wir ja nicht. Und wir können es nicht wissen. Und wir sollen es ja auch nicht urteilen. Also ist das wirklich das Licht von Gott, das allen gehört. Robi Weisig und Rud Schwerzmann sind ja in die Sakristen reden mit der Geistlichkeit. Dass die 15. Kerzen wirklich nicht anzünden sollen. Und sie sind dann retour gekommen. Und ja, sind beide natürlich gebrätet. Und sie hatten dann nicht so grosse Hoffnung. Und dann habe ich zu Robi gesagt, Robi komm, wir gehen noch einmal in die Sakristen. Und wir sind dann in die Sakristen aufeinander. Und ich habe einfach gesagt, schau bitte, bitte, zünde die Kerzen mit auf. Ich konnte das nachvollziehen, dass das schwierig ist. Aber von meinem Glauben her, konnte ich das trotzdem nicht ganz loslassen. Denn gerade dieser braucht ja das Licht von Gott. Ein Täter braucht das ganz Besonderes. Und ihn hier jetzt auszuschliessen, das hat mich persönlich wie eine Verurteilung. Und das steht mir jetzt gegenüber einem Verstorbenen einfach dazu. Ich habe dazumal auch sofort geschrieben. Bitte macht das nicht. Das verletzt so meine Gefühle und wahrscheinlich auch noch ganz viele Gefühle von anderen. In der Sakristen ist der Regierungsrat Bisik noch einmal gekommen und sagte, er garantiere ich wirklich für nichts, wenn wir diese 15. Kerze anzünden. Und dann sind wir eigentlich rausgegangen und sind eingezogen, ohne zu wissen, wie wir es jetzt machen. Wir haben es nicht gewusst, was sie machen. Wir haben einfach nur gehofft. Wir entzünden an der Osterkerze Kerzen zum Zeichen dafür, dass unsere Verstorbenen im Licht Gottes sind und auch in unseren Herzen. Peter Bossart. Peter Bossart. Karl Gretner. Thorli Heimgarten. Ich habe gespürt, dass eine Wahnsinnsspannung herum ist. Ich habe schwer gehofft, dass die 15. Kerze nicht angezündet ist. Obwohl ich den theologischen Hintergedanken schon verstanden habe. In dem Moment, in dem ein Mensch tot ist, gibt es nur noch einen Richter, das ist Gott. Und dann habe ich Kurt gekocht, bin neben ihm gesessen, habe ihm zugeflüstert, gib doch die Kerze mir. Wir müssen Abschied nehmen von 14 Menschen, die je aus ihrem Leben und aus unserem Lebenskreis gerissen worden sind. Ich muss ganz ehrlich sagen, das hätte Tumult gegeben. Da bin ich jetzt überzogen. Das hätte niemand verstehen können. Und ich habe mir vorgenommen, wenn das wirklich so wäre, wäre ich als Mikrofon gegangen. Das hätten wir nicht dürfen auf euch loswerden. Diese große Sünde zu vergeben und eine Kerze auch dafür anzuzünden, ich spüre es, es ist zu früh. Aber ich übergebe eine Kerze dem Regionaldekan. Dir, lieber Alfredo, du wirst in deinem Pastoral weisen Herzen spüren, wann es möglich ist. Erleichtert habe ich mich gar nicht gefühlt. Ich habe das Gefühl, jetzt habe ich eine Wahnsinnsaufgabe. Also ... Ähm ... Aber ... Aufgaben ... ... muss man lösen. Und ... Da hatte ich wirklich auch Gottvertrauen. Dass das schon gut herauskommen würde. Nachher habe ich dann gleich noch einen grossen Enttäusch wieder erlebt. Beim Mittagessen, wo ich auch Platz einweisen musste, kommt der Bischof. Und ich bin zu einem Mann und sagte, Herr Bischof, ganz, ganz herzlichen Dank. Aber zur Antwort habe ich bekommen, es ist schon gut, aber normal lässt sich die Kirche nicht reinreden. Und das könnt ihr euch vorstellen. Das war eine Tieflage, die ich auch heute noch manchmal Mühe habe. Dann hatten wir das Gefühl, dass wir mindestens ein Jahr warten müssen. Wir haben aber gedacht, also nein, der Jahrestag, der geht sicher nicht. Und darum haben wir dann ein anderes Datum gesucht, mit dem Allerseelen-Tag, den wir betten für alle Verstorbenen. Die Kinder sind im Bett. Hast du noch lange? Danke doch schon. Ich bin da noch ein bisschen rein. Es sind auch wahnsinnig viele Traktanten am Morgen. Morgen hat es Sporttag. Mhm. Soll ich den Tisch jetzt bestellen am Samstag im Ankling? Ja, mach doch. Was ist das? Eine Psychologe hat vom Care-Team angerufen. Sie hat versprochen, zurückzurufen und das nie gemacht. Ja, das habe ich vergessen. Vergessen? Sag mal, frischst du nicht. Sie wollte wissen, wie es dir geht. Super. Wie soll es mir schon gehen? Ich weiss es nicht. Du redest ja mit mir auch nicht darüber. Bitte nicht jetzt. Ich vergleiche es immer mit einer Waage. Wenn Sie auf der einen Seite das Kilo haben, diese Belastung, dann ist das hier oben. Wenn Sie aber da langsam ein bisschen viel schütteln, mit einem guten und schönen Erinnerungen, und das haben wir alle, oder mit den Menschen, die man lieb hat, oder mit einem Hund, oder einer Katze, das ist egal, dann, verstehen Sie, dann fällt das etwas aus. Es bringt doch nichts. Es bringt doch nichts. Wir sind alle tot. Mir geht es nicht um die Toten. Mir geht es um dich. Reden hilft. Schau, wenn ein Skispringer stürzt, dann muss er sofort wieder auf die Chance, sonst springt er nie mehr. Das ist doch ein blöder Vergleich. Nein, wieso? Morgen ist die Sitzung und ich gehe dort hin. Ja, schon gut. Dann bin ich meine Kollegen schuldig. Es ist deine Entscheidung. Ich bin hier. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich komme gleich. Ein Trauma ändert das Leben. Ob klein, ob gross. und es gibt Schädigungen und Einschränkungen, die bleiben zurück, da kann man jetzt auf dem Kopf stehen. Ich bin häufig nachher am Morgen aufgestanden, habe versucht, das Morgen zu machen. Ich habe noch vielleicht Butter rausgenommen aus dem Kühlschrank, ein Scheibenbrot abgeschnitten, habe dann aber nicht mehr gewusst, dass ich zum Morgen essen wollte. Ich hatte auch total Schwierigkeiten, Termine überhaupt einzuhalten. Ich hatte kein Zeitgefühl mehr. Ich habe dann versucht, wieder zur Arbeit zu gehen. Aber ich konnte keinen einzigen Satz fehlerfrei schreiben. Es ging nicht mehr. bis zum Sonntag bis zum Sonntag nicht über diesen Fall reden konnte. Ich konnte es einfach nicht fertig gebracht zu reden. Es war wie eine Blockade. Ich wollte vielleicht auch nicht sprechen, aber ich konnte auch nicht sprechen. Ich war einfach blockiert. Es war so toll. Das müssen wir unbedingt wieder einmal machen. Auf jeden Fall. Oh! Volltreffer! Komm, ich schieße es auf ihn. Oh ja! Wenn ich in den Tram gefahren bin, und die Kippfenster im Tram, wenn jemand, der vielleicht kalt hatte oder sie gezogen, so ein Kippfenster zutatscht hat, das hat mich an einen Schuss erinnert. Ich habe dann schnell wieder gemerkt, oh nein, das ist ... Komm, du kannst dich entspannen. Wir sind jetzt nicht im Kantonsrat. Hey! Hey! Auf den Krieg! Komm, du! Der Mensch ist eigentlich von der Geburt her ausgelegt, dass er sich sicher fühlt. Und dass er darum eigentlich im besten Fall auch ein Grundvertrauen hat. Und sobald das wegfällt, oder was auch immer, es kann das Kleinste sein oder nicht, dann fällt der Mensch zum Vertrauen aus, zum Vertrauen ins Leben, möglicherweise zum Vertrauen irgendwelche Religion und fühlt sich fortan unsicher. Und dann strampelt er unsicher durch die Welt. Hallo! Wir brauchen Hilfe. Mein Mann bedroht etwa mit einer Waffe. Er hat nichts getrunken. Er war im Kantonsrat, als das Atatat passiert war. Ganz, ganz wichtig finde ich, dass man den Menschen in seiner Verletzung wahrnimmt. In seiner medizinischen Verletzung, in seiner Integrität und in seiner sehnischen Verletzung. Entschuldigung für den Schneeball. Können wir gehen? Können wir gehen? Können wir gehen? Komm, komm, komm. DAFby? Es gibt nichts Demütigendes, aber nichts Demütigendes, wie an einem Menschen, der schwerst traumatisiert ist, zu sagen, du wirst wieder der, der war. Es gibt kein anderes Leben. Es gibt nur ein neues Leben. Das Alter ist vorbei. Definitiv vorbei. Ich konnte natürlich zwei Jahre nicht arbeiten, weil ich nicht mehr auf dem Beruf arbeiten konnte, weil es einfach nicht mehr möglich war. Ich hatte noch keine Kraft, ich hatte noch keine Gefühle. Und so musste ich mich einfach arbeiten, die ich sonst nebenzu gemacht habe. Ich habe dann mehr Büro gemacht und mehr Administratives. Aber Schmerzen habe ich zum Teil heute noch. Ich muss zum Teil heute noch, je nach Wetterumschlag, Medikamente nehmen gegen die Schmerzen. Aber diese Schmerzen verträge ich noch gut. Die Schmerzen der Saal Viele konnten sich den Saal nicht vorstellen. Ich musste das sehen. Das war auch ein Teil meiner Verarbeitung. Als ich in den Saal kam, sah man sofort den Boden geschwärzt und all diese Einschüsse. Ich ging dort zuerst hin, wo ich gelegen bin. Ich sah zuerst, dass meine Überlegung, den Platz zu wechseln, richtig war. Dass die Wände völlig durchschossen waren. Ich bin dann schon verschrocken, als ich sah, dass zwei Schüsse quer über mich hier sind und einen längst über mich hier. Und mich aber nicht getroffen haben. Und dann habe ich auch mit Angehörigen gesprochen. Und etwas ist mir geblieben. Also da musste ich gerade sprechen. Dann hat mir ... ... den kleinen Sohn ... ... eines Opfer ... ... gesagt, Schau, das Loch hier ... ... mit diesem Schuss ... ... wurde mein Papi tot. Das ist ... Das gehört zu den ... Das Schlimmste war. Der kleine Buben. Ich weiss, ich habe mit jemandem geredet, wo wir den Saal anschauen. Aber ich könnte nicht sagen, mit wem das war. Ich war dort sehr interessiert. Aber jetzt würde ich es nicht mehr sehen. Ich möchte auch jetzt irgendwie nicht in den Raum hinein. Ja, es war noch schwierig, diesen Schritt hineinzumachen. Aber ... ... auf eine Art auch ... Ja, es war mir dann noch mal drinnen. Und wir haben es gesehen. Also auch eine weitere Verarbeitung für das Ganze. Ja, zu fassen und anzunehmen, wie es war. Ich denke, es war immer ein bisschen eine Verbundenheit bei uns. Auch schon mit dem Kari war das. Und darum haben wir gesagt, das ist eine Zukunft, in der wir weiterarbeiten können. Und ... Ja ... Was wir in diesen 20 Jahren jetzt erschaffen haben, wir konnten vieles weiterbauen, wo er auch noch dran war. Dadurch bin ich auch ein bisschen stolz, dass ich das so weit weiterführen konnte. Ich habe das Gefühl, wir sind eigentlich alle Kinder. Sie haben eine gute Ausbildung. Sie haben eigentlich die Ziele, die wir bis jetzt hatten, recht gut verfolgen können. Und manchmal habe ich das Gefühl, da hilft er uns. Einfach so diese Unterstützung, die er von irgendwo uns gleich gibt. Etwas, was mich eigentlich immer bewegt, für was für Untaten wir menschenfähig sind. Das ist für mich eigentlich unbegrifflich. Aber es gehört irgendwie zu unserer Welt. Und darum haben wir nicht einfach für den Attentäter jetzt bettet oder an den gedacht, sondern überhaupt für alle Menschen, die nicht anders sich wissen zu helfen, als einfach mit Gewalt. Ich musste wenig Medikamente nehmen, ganz am Anfang, um ein paar Nächte zu schlafen zu können. Ich musste auch nicht zum Alkohol greifen. Ich habe wirklich mit meinen Freundinnen, die mich sicher ganz fest gestützt haben, mit meinem Partner, mit der Zucherbevölkerung, die ich einfach phänomenal finde. Ich habe immer wieder gedacht, es gibt ja so viele Leute, die ein Trauma erlebt haben, die das ganze Leben bewältigen müssen. Und wir hatten diesen Riesenluxus, dass wir eine Zucherbevölkerung hatten, eine Schweizerbevölkerung. Ich habe mich wahnsinnig gedreht gefühlt. und ich habe mich überlegt, und dann in der Zeit umgelegt. Ich bin Lucia Taylor. Ich komme mir meine Sachen abholen. Frau Tyler, genau. Moment, schnell. Wie geht es Ihnen, Frau Tyler? Gut, danke. Wo kommt alles? Da hätten wir eine Tasche, einen Mantel und ein Portemonnaie. Schauen Sie sich diese Sachen bitte genau an. Es liegt so viel Zeug, ob ich in diesem ganzen Kals ... Gehört es Ihnen? Ja, ja, ja. Ist das ... 5,6 mm Sturmgewehr 90. Können Sie uns aber von Glück sagen, dass Sie nicht beim Mantel geschlossen sind? Glück? Ja, Glück. Schicksal. Gottes Willen, wie immer Sie dem sagen können. Sie sind am Leben. Das ist doch die Hauptsache. Sie sind am liebsten. Einen schönen Tag. Wünsche ich Ihnen auch. Ich habe mich manchmal gefragt, wieso sich jemand das Recht ausnehmen kann, über Menschenleben zu beurteilen. Er kommt irgendwann strafsicher. Das wäre nicht gut, wenn der Herrgott einfach das so unbestraft würde. Ich lasse ein. Irgendwoher kommt er eigentlich strafüber. Ich spürte natürlich besonders stark in so einer Situation, was eine Partnerschaft bedeutet. Also in diesem Moment wollte ich nicht allein sein. Und wir haben dann anderthalb Jahre nach dem Attentat geheiratet und haben dann einen Anlass gemacht, wo wir alle Überlebenden eingeladen haben. Und auch um zu zeigen, dass unser Heirat ist auch ein Akt der Verarbeitung. Und es sind alle gekommen. Es war natürlich eine harte Geschichte. Es hat einen etwas härter gemacht auf gewisse Sachen. Es hat einen vielleicht gewisse Sachen etwas abgestumpft. Aber zum Teil wurde man auch dünnhäutiger. V.a. das Nachtwind ist schlimm. Und ganz vergessen tut man das nie. Was mich heute noch sehr betroffen macht, und es gab so viele Leute in der Sache, die sich wirklich engagiert haben. Für den Kanton, für das Wohl, für die Leute. Und die wurden je einfach aus ihrem Guten rausgerissen. Es gab so viele wütendige Beispiele aus ihrem guten Wohl- und Vorkenbund, und sie haben so viele die ersten Einsätze für ihre Querungen aus ihrem Gemeinde. Untertitelung des ZDF, 2020